Präsidentiales Klame. Oh, verteidigen zuerst. Oh, ne. Ach, komm ich mal wieder nach Thorny. Thorny, weg. Thornton, Thornton. Das wäre eigentlich auch geil, ne, so ein Skin für Calvera, wo sich so ein Katzen-Gesicht geschminkt hat, weißt du? Catvera. Wieso bekommen die hochbezahlte Designer? Nein, ich habe solche Ideen. Das machen wir alle möglichen, aber wir spielen dann auch mit diesen End-Animationen und so. Könnt man so viel geilen Scheiß machen. Das sind ganze solche Ideen und dann steht am Ende einer da, der das alles benehmigen muss und sagt, fluch. Vielleicht, ja. Das ist ja dann aber ein... Da weiß ich ja nicht mal was trauriger wäre von den beiden Optionen, da muss ich echt mal drüber nachdenken. Ja, erstmal die ganze Rommel mit Razor Blues vorgerotzt hier. Da ist einfach einer. Da ist immer einer. Oh, hier oben ist einer. Ganz oben läuft einer rum. Ich bin nach unten geflüchtet. Hassen? Nein! Oder auch nicht. Blackbeard ist auch hier oben. Hä, wo ist denn der andere? Ach, der ist schon tot. Ja. Der ist aber gestorben. Ja. Ah, das ist ein Gegner. Ne, das ist der Mark. Sorry. Ich denke, wo kommt der denn so schön her? Ja, das war Absicht. Was geht wieder los? Scheiße, ey. Komm, komm, komm. Komm, komm. Pass auf. Hier wollen wir Leute auf den Gang. Das war Blackbeard. Nice. Ne, der war schon tot. Der hab ich gekillt. Jetzt nehmen wir nicht noch meinen Triumph weg, nachdem ich getötet wurde. Entschuldigung. Mark, das ist die Drohne. Du bist grad drauf vorbeingestiefelt. Am Boden, direkt vor dir. Alles klar. Boah! Ein schwarzer Schwarz hab ich gesehen. Oh, Jackal ist bei den Koffern. Au. Ey. Im Keller rennt einer rum. Daniel, du kannst dich wieder aufheben. Ja, richtig. Ich vergesse das immer. Das steht doch mitten im Bild. Bild. Lieb. One friendly remaining. Genau der. Der war an der Treppe, an der Kellertreppe. Vorsicht. Genau der. Oh. Wow, nice, nice, nice. Sehr gut. Hulala. Hey, 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 hey. Gut, dass das Magazin nicht so klein ist wie manch anderem. Das ist richtig. Manchmal ist Größe eben doch alles. Aber anstatt dass der vorne Secured, ne? Da kommt er dahin gepimmelt und... Na klar, okay, geil. Hat er jetzt davon. Kann er doch recht sein. Aber da drin hätte er eh nicht überlegt. Da wäre da reingerannt und wäre direkt gestorben, verspreche ich dir. Da so viele Razor-Blums hier drin hingen. Die wären alle hochgegangen. Da kommst du ja gar nicht mehr raus. Hulala. 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 Mir fehlt Koffein. Oh, Alter, ey. Mein Herz, eh, mich so älscher ich nicht. Der aufs Cockpit kann doch noch gar nicht da sein. Wo kommt der her? Ja. Ich habe einen Teamkill gemacht. Ja. Ja. Wir haben einfach mal aufgeschossen. Wie viel Scholz ist damit? Ich habe Teamkill gemacht. Ja. 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 Du hast doch mal die Schwester... Ich habe keine Schwester ausbildung. Da habe ich den mal eben. Guck mal her. Oh, das ist geil. Kombiniert damit... Richtig gut. Neue Duke aufmachen. Da häng ich auch. Hängt besser an, dass da keiner rumläuft. Äh, ja, ich kannste da nicht. Jetzt müsste ich ohne... Warte. Achso. Hm. Was? Was? Ohne was zu zerstören. Achso. Ne, ich auch nicht. Oben höre ich irgendwo was. Äh, ohne. Oh, nimm das nochmal weg. Fick die Hähne, Alter. Ist einer an der Tür. Und einer ist unten. Ja, und bloß einer. Ohne. Ah, okay. Du warst in mine. Ehrlich das scheiß Bett kann man durchschießen. Ah, okay. Was, ohne fache. Ja, was, ohne Fache. Ab einen. Ab neun. Kommt noch einer hier? Tatsächlich, ja. Noch einer? Ne, das ist doch am Ende. Ist das bei euch? Ne, ich hab nur mal auf die Koffer geschossen. Moment, bin gleich bei dir, Daniel. Ja komm, wir gehen mal suchen. Ich hör den in der Nähe von der Küche, kann das sein? Ja, ich auch, ich auch. Ah, da ist er, Ping 1. Voll die Nähe der Küche, ganz andere Seiten. Vielleicht hab ich einen von euch gehört, ich hab ihn nicht gesehen. Bittet ihr schon wieder auf mich? Ping 1. Ich glaub, ein Spitznatz. Fuck, Ape! Ich musste mich einmal drunter wegducken. Boah, Alter, ey, sind da echt viel von der Seite gekommen, hab ich nicht gedacht. Ja, so ein Loser, der weggeht, wenn es 2-0 steht. Das ist so erbärmlich, ne? Generell, Matches lieben. Genau, man verliert ehrenhaft. Oder man tut es nicht so. Oder gar nicht. Man verliert ehrenhaft oder gar nicht. So einfach ist das. Genau, man gewinnt einfach. Da hat man das Problem nicht. Ja, so ist es. Wir Deutschen kapitulieren nie. Generell, wir hüsten 2-0 geschossen. Ja genau, haut mal alle ab. Lass die armen Kerle noch alleine. Das ist so ein Arschloch-Move, ne? Die scheiß Loser, ey. Du musst den Biohazard-Container lokalen. Dafür musst du eigentlich auch einen Bann geben, ey. Dorn in die Spiegel liefst. Ja, gibt's nur noch unranked und unranked. Das ist halt asozial. Das wird eigentlich auch geben. Ja, finde ich auch. Oder wenigstens ne Sperre, dass du, wenn du liefst, was weiß ich, ne Viertelstunde nicht mehr im Match joinen kannst. Oder solange das Match weiter... Wenigstens solange das Match, wo du rausgegangen bist, weiterläuft, kannst du nicht joinen. Das heißt, du gewinnst nichts. Das heißt, die müssten jetzt dann auch so lange warten, bis unser Match fertig ist, bevor sie wieder in ein neues rein können. Also noch drei Minuten. Ja, weil wenn sie flexibel spielen wollen, dann sollen sie halt Deathmatch nehmen. Ja, das wär halt das Mindeste, weil das wär auch fair, weil dann können sie nämlich nicht kommen mit Oh, ich hab die Connection verloren, bin jetzt ne halbe Stunde gestört. Sondern dann sinds halt nur so lange, wie sie halt in dem Match wären. Kapkan bringt am hoffentlich Fallen an. Ja. Lustig ist, by the way, im Deathmatch kannst du ja liefen, ne? Und, äh, es kommt auch kein neuer rein, aber du kannst immer noch gewinnen, deswegen. Weil eins gegen fünf kannst du gewinnen, weil... immer nur ein Punkt pro Kill. Zugangsschwörung hab ich zerstört. Ja. Äh, der ist da nicht mehr. Hm. Will der nicht rein? Will der nicht rein? Haben wir den ersten? Gut. Ich wollt eigentlich schon gehen. Ich hab mich total erschreckt. Ah fuck, da ist einer unten an der Treppe. Ah, four left up standing. Sehr gut. Kapkan ist das letzte. Ich dachte jetzt krieg ich wieder einen, weil ich komm in die Ecke und sie ein bisschen gut ausschießen. Ich hab Glück gehabt, dass ich den Feind noch erschossen hab, bevor du mich erschießen konntest. Was auch geil wär, wenn so ein Move ist, wenn sie rumballert und irgendeiner in der zweiten Reihe einfach so da steht und sie die Augen verdreht oder irgendwie... Das wär auch cool. Oder irgendeiner starrt ja auf den Arsch. Aber dann kriegen wir da alle Ärger. Ja, das ist das Sexistische daran, dass der so ein Operator im Arsch gut ist, dass die den Arsch in die Kamera hält, ne? Jo. Ja. Sollen wir alle ihre Eierstöcke chillen? Ja, es ist so lächerlich, ey, ohne Scheiß. Bloß weil sie dir ihren Arsch ins Gesicht hält, heißt es noch lange nicht, dass du ihn angucken darfst. Ach so, verdammt. Ja.